Und wieder bei Meatball, mit dem Scheiß-Level hier, wo ich die auch direkt verkackele. Ich muss das doch jetzt einfach mal schaffen. So, 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 so. Schnell sein, bevor das Scheiß-Teil kommt. So. Du musst hier hinkommen. Sonst kommst du da hinten mit hin. Und das will ich nicht. Ich will nicht, dass du da hinten mitkommst. Nein, nein! Ah, ganz schlecht. Ach, der ist noch gar nicht auf. Ups. Ups. Was ist das? Papier, Papier du Sack! Nein, ich will das versuchen, aber das traue ich mich nicht. Egal. Wie soll das gehen? Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich wollte dir jetzt die Feld anschauen, aber egal. Was ist da denn los? Oh, grünen, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh, grünen, nein, nein. Gut. Ähm... So. 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 Ah, nicht dagegen! Ja, auch nicht dagegen! Ich will das nicht dagegen gehen! Was? Hey! Hast du noch? Gut! Geh tuk! Du übertreibend doch! Bissssssse TWAZ Wie soll es danach weitergehen, dass du nur alles weißt? Komisch. Komisch. Da hinten, wie soll das? Ah, das könnte man schaffen. Ich glaube, dass ein schnell bleibt. Ah, wieso gehe ich? Oh! Yeah! 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 Und yeah! Und yeah! Kompli- Oh, mal zwei Level geschafft in einem Fahrrad. Wie kann das denn? Das gefällt mir gar nicht, wie es hier aussieht. Da oben war sie schon. Ah, okay. Nächstes weiß ich, wo sie ist. Ah! Ach, was mache ich denn davon, Scheiß? Mann! Kann man das nicht schaffen, um wieder hinzukommen? Nee, das kann man nicht. Aber so geht das. Das ist gut. Wie geht das? Ja. Wie geht das? Ach, du... du musst dich gar nicht melden. Ich mag keine. Ja, ja. Ich glaube, ich muss in der Mitte ganz kurz einmal aufhören zu schwingen. Ach, das war ganz falsch. Um noch ein bisschen höher zu kommen. Das war jetzt. Na. Nein, 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 nein. Oh, ich habe auch eine Idee. Ja, hol. Na, da haben wir wieder das Problem, dass der Scheiß, dass der Scheißstück Scheiße nicht abspringt. Ja, geil. Ja, genau, das wollte ich. Gut, dann muss ich wohl hier links lang. Gut. 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 Ach, das ist doch alles gemein. Hat man da endlich was geschafft und die liegen ein noch ein größeres Hindernis im Weg. Was mache ich da für ein Scheiß? Oh, was will der Piepmanns denn da wieder, ey? Der nicht wer, ne? Die Welt, keine Probleme. Nein, das war zu hoch. Ich war auch zu hoch. Oh, das klappt schon mal gut hier. Ach, ja, ich war mit den Gedanken nicht da. Ah, jawoll. Ey, ey, was hat der denn jetzt für ein Auftrag? So, komm, komm. Nein. NOO! Awww Ah, ich muss auf dem Teil da landen, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, das hätte ich mir auch vorher sagen können. Ja, und du kommst auch noch mit deinem dreckigen Gebiss. Ja! Nicht so. Ja! Ja, 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 haha, wie du in meinen Haufen fällt. Und weiter Ach, die sind doch alle krank Guckt euch diese Scheiße wieder an Ey Ey Ja, und jetzt? Ah Hoi, hoi, doch noch ein Level in dem Part geschafft Hätte ich nie gedacht Gut, Leute Im nächsten Part seht ihr dann, wie es weitergeht Tschüss Tschüss